Ich finde es sehr spannend, dass wir hier sein dürfen. Es ist für uns schon etwas Besonderes und auch eine Ehre, hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg zu kochen. Das ist auch nicht unbedingt etwas Alltägliches. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wir kochen ein bisschen moderner, ein bisschen eher eine Fusion Cuisine. Das wird wahrscheinlich die Gäste heute Abend auch recht überraschen. Ich habe es sehr gerne, wenn die Küche ein bisschen mit Aromen spielt. Ich mag gern das Spiel und das Kitzeln von einer Säure im Essen. Ich mag schöne Konsistenzen. Vor allem muss aber ein Essen auch die Leute glücklich machen. Sollte Gäste und Knoten Gäste und Knoten